Ich habe das, ehrlich gesagt, alles ein bisschen unterschätzt und gesagt, ja, ein Drehtag und dann passt das schon. Die zwei Tage waren richtig geil. Es war natürlich viel Programm. Sehr viel Programm, aber das ist ja auch die Idee des Spots, dass man also wirklich in wenigen Sekunden einen rasanten Alltags-Morgen einfängt, mit Franziska, dementsprechend hatten wir wahnsinnig viele Set-Ups und Locations. Also jetzt renne ich, wenn du Action sagst, renne ich. Das fängt von den Leuten an, die das Catering gemacht haben, die Kameraleute, alle freundlich, alle super motiviert, hier auch einen guten Spot hinzulegen. Und da geht mir natürlich als Kunde absolutes Herz auf. Und wenn ich diesen Spot dann zeige, dann wissen Sie, dass da viel, viel Arbeit hinter ist und viel, viel Herzblumen. Ich glaube, das ist mit das Allerwichtigste bei der ganzen Sache. Und natürlich auch nochmal ein ganz besonderer Dank an Simon, der extrem professionell war, extrem konzentriert. Das muss man wirklich sagen. Respekt. Gerade auch von Franzis Seite aus, die hat so hervorragend mitgearbeitet, dass diese Szenen wirklich einfach so glatt durchgingen. Und insofern sind wir beide echt sehr happy.